hallo heute haben wir den 9 dezember und ja es ist ein auspackvideo vom adventskalender von der lieben yvonne der bastelmami und ja die zeit vergeht es sind nicht mehr viele päckchen übrig schade schade aber wir machen ja nächstes jahr neues und ja mal gucken was das jahr 2016 so bringt definitiv auch neue auspackvideos von tauschpaketen also es ist einiges geplant und ja und sie hat auch wieder so niedlich ist das nicht zucker wenn ich nur die einzige nach dem wenig boos ich finde ihn so niedlich da hat sie sich echt so viel müde geben den fertig zu machen ja mal gucken bin so neugierig mal schauen was hier so drin ist ja und ich habe jetzt das also das was ich hatten konnte vom geschenk papier habe ich mir die sachen schon abgeschnitten du bist sandra ja natürlich bin ich sandra was das geil doch das ist ja cool wo hast du das denn her das ist geil dankeschön das ist cool das gefällt mir danke sowas ist doch sowas bin ich überhaupt niemals gekommen und wir haben ein acryl herzen ich denke mal das herz hat sie von von der kreativa weil sie war ja da und ja hat sie auch ein video gemacht so und ja das ist cool das herz und da haben wir solche ornamente solche solche kristalle kristalle sind das nicht das sind also diamanten wir haben eine diamanten optik das ist cool ich hole euch einmal raus also die farben seht ihr ja so aber ich hole euch das mal raus oder oder einmal raus und zwar ich weiß nicht ob ihr das erkennen könnt haben solche ja jetzt habe ich natürlich mit dem fokus ein bisschen schwierigkeiten weil im hintergrund so viel so viel drinnen ist drinnen ist moment weil meiner fokussiert nämlich nicht selbst oder kondisiere ist du selbst nein es nervt ne gott ich hoffe ihr habt nachsehen wo bist denn du gut gibt neun also ich weiß also in meiner fokussiert nicht selbst das sage ich noch so mal so wie es ist so ja jetzt könnt ihr das sehen seht ihr das sie sind so toll also ich habe mir ich habe gehadert mit mir muss ich ganz ehrlich sagen also die hat sich von bei der rinbeats bestellt und ähm ich habe ja gehadert mit mir bestelle ich mir die bestelle ich mir die nicht dann hatte ich solche grünen also große grüne aber ich muss ganz ehrlich ich muss ganz ehrlich sagen ich finde die toll aber ich würde ich persönlich würde mir die jetzt nicht bestellen weil ich hatte mir die bestellt in grün wie gesagt und ich habe damit noch nichts anfangen können aber das ist eine weil mir ging es wegen der menge aber das ist eine schöne menge und da kann ich in ruhe gucken was ich damit machen kann ja und recht und also einmal in weinrot bodohrot dann einmal in türkis auf türkis also langsam stehe ich auf türkis muss ich ganz krass so sagen also ich bin ja sonst immer so rosa angehaucht aber ich weiß auch nicht also ich glaube ich fange langsam an auf türkis zu stehen oder die zusammenstellung türkis rosa finde ich ganz cool und die sind so geil und einmal in so fuchs hier die wollen meine liebe ich danke dir von herzen ja hatte ich danke dir wirklich von herzen und ja morgen haben wir schon den zehnten das ist ja wahnsinn ganz im ernst leute oder die zeit die rast wie verrückt und unglaublich ja ich hoffe das video hat euch gefallen ivan ich hoffe es hat dir auch gefallen und ja ich werde jetzt alle die jetzt noch nicht also vom fünften und so hochladen weil aus technischen gründen weil mein wlan total abgekackt war das einzige ich hatte über handy aber ich musste ja noch bearbeiten oder ich muss ja noch die bearbeiten die filme und so und deswegen war es mir absolut nicht möglich die videos hochzuladen aber es funktioniert wieder und ja das heißt ich werde jetzt die fünf videos hochladen und ja ich sage vor wir sehen uns dann am zehnten das ist unglaublich am zehnten dezember denn sind so noch zwei wochen bis weihnachten und mir fehlt noch so alle hand an geschenke geschenke also meine lieben ich wünsche euch was und bis morgen tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017